Leute, heute ist mir ja so langweilig gewesen und ich habe ja gesagt, ich dürfte entscheiden, aber ich hatte halt keinen Bock darauf zu warten, deswegen mache ich jetzt einfach mal über ein Thema. Ihr seht ja schon, welches Thema? Von Mangas. Ich habe gerade das Fenster offen, deswegen nicht nix denken, wenn manchmal da vorne oder fliegen. Und eine Biene ist auch noch in meinem Zimmer, ich habe Angst vor Bienen. Okay, scheiß drauf mal. Also, alles in deiner Schuld, die 1 doppelt. Toll, das Telefonklingel, wartet mal kurz. Okay, ist weg. 1 bis 5, ich habe die 1 doppelt. Dann kommt, ähm, Krammikas, sorry, Krammikas. Ach übrigens, der Hersteller ist, also der Text Sakura Iroh, hoffentlich sage ich es richtig. Und sage ich noch Amichatani. Dann Daura, äh, Yoko Fukuyama. 8 habe ich. Bis 16, da fehlen mir noch 8, weil es sind ja 16 Dinge. Dann alles in deiner Schuld, 5 gibt's, komplett. Äh, von Emma Toyama. Ich finde den Namen schön. Dann Krammikas. So, wenn's nicht so sichtbar ist. Von, jetzt hab ich noch nicht, Hitose Yagami. Ja, ich bin jetzt bei der 3. Ich komme auch nicht direkt dazu. Weil ich muss mit meinen Tieren angst spielen. Weil ich hab sehr viele Hasen. Naja, ich hab 3 Babyhasen. Ihr wisst es ja schon. Haha, sorry. Ähm, ich hab mindestens, ich hab 2 Goldfische, 1 Hamster und 10 Hasen. Aber die sind eigentlich, eigentlich ganz gut bei uns aufgehalten. Ja, okay, weiter geht's. Ähm, Dream Saga. 1 doppelt. 1 bis 5. Komplett. Pandora. Pandora. Ich nenn's, ich nenn's bloß Pandora, weil ich kann das hinteren nicht so. Ja, sowieso. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich nenn's immer Pandora. Ja, okay. Von, wartet mal, wartet mal. Domegumi Tachikawa. Und er ist ja von Pandora. Ähm, Yunmuhizuki. Ja, so heißt der. 6 und 4 fehlen mir. Aber es gibt ja 19. Ich hab's mal so nachgeladen. Inuyasha. 1, 2, ja, sieht der. Bis 18. Nur es kommt 56 oder 58. Ich weiß nicht genau. 58, glaube ich. Ist ja auch ein Geil. Dann nur Ranma. Und dann war's eigentlich bis 14. Ah, wartet mal. Rumiko Takashi. Und da ist gleiche. Rumiko Takashi. Ja, das ist das gleiche. Nur bei den Dingen ist es andersrum wie ein normales Buch in Deutschland. So, man muss blättern. Nicht, äh, von rück, äh, von hinten nach vorne, sondern von vorne nach hinten. Also, nicht so, weil sonst würde ich es ja von ne Scheißgeschichte. Den sollten meine Ausdrücke. Und heute hab ich das gekriegt. Ja, Schritt für Schritt. Ähm, Manga, genau. Ja, da kann man halt. Ich hab da schon mal was gemacht. Was schafft was Scheiße aus. Oh, sorry, sorry. Inuyasha. Ja, schätze. Äh, ja, da sieht man halt die Anwendungen. Da kann man halt lesen. Da sieht man halt das. Ich zeig's euch bloß mal. Ich zeig euch bloß mal den. Da wäre es da eigentlich. Keine Ahnung. Ja, jetzt. Ihr könnt ja Stopp machen. Naja. Das ist aber nicht im Einzelhandel. Das habe ich halt. Und, naja, wie sagt man, das ist privat. Sagen wir es einfach so. Ja, ich weiß, wie ich mich um dich kümmere, nicht jetzt. Um euch kümmere, nicht jetzt. Äh. Ja, und da ist dein Post. Also, Post, das sag ich schon. Ja, ähm, ich bin am coolsten. Äh. Die ist mir, tu sie mich jetzt. Ja, ist ja auch scheißegal, wie ich, äh, ist ja scheißegal, Mann. Ah, so rede ich schon wieder so ne Scheiße. Ich rede heute wieder so ne Scheiße. Ja, ähm, und ich, ich, welche ich der, äh, wir, oder, ich sag es mal, dir oder euch, nach der Reihe gezeigt hab, wir sind die Besten. Der Besten. Ich mach mal, irgendwann mal, Top 5 oder, wie viele sind das? So, 4, Top 7 oder, Top 8, nicht jetzt. Na, 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 hm. Oh, mein Tagebuch. So sieht mein Tagebuch aus. Nur weil mein Bruder hat das kaputt gemacht, das Schloss. Da kann jetzt jeder reinspinnen. Ja, ist scheißegal. Ähm, ja, ähm, jeder hat Geheimnisse. Ja, ist scheißegal. Jetzt, Mann, ich rede schon wieder so ne Kacke, ey. Sorry, 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 sorry. Leider ohne Freundin, wenn ich's noch nicht gesagt habe. Leider ohne Lina. Ja, und übrigens, ich bin mal schneller, wenn ihr's noch, immer noch nicht wisst, wenn ihr's mit, mit der Butter noch nicht gesehen habt. Ja. Ja, sonst kann ich euch jetzt nicht, wer mal was, äh, was wissen will von einem Manga-Buch, dann sagt's mir des, also schreibt's mir des in den Kommentaren. Und gibt mir endlich mal ein Abo, Mann. Ich mach doch extra für euch sowas, nicht jetzt. Ja, ich bin mal endlich mal ein Abo home. Oh, ich bin Millionär, Millionär, Millionär. Scherz, das ist doch von Iplani, ich find Iplani cool. Ja, ähm, ja, wie ihr sagt, Millionär, 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 ja, scheißegal. Ja, okay, ich rede schon wieder so ne Scheiße, ey. Darf ich, wenn ich, weil ich so ne Scheiße geredet hab, dürft ihr mal die Babyhasen sehen. Ja, da sind sie, da ist die süße Mausi. Hallo, und sorry, dass ihr mein Zimmer nicht seht, weil das ein bisschen nicht schön aufgeräumt ist. Ich wollt's euch nicht zeigen. Weil der Tisch ist ein bisschen woanders, weil ich musste da ein bisschen Platz machen von meinem Mann aus. Ja, Mausi, schau mal, schau mal kurz in die Kamera, ja, fein. Schau mal, schau mal, ja, fein. Und du, ja, fein, geulich. Ja, das ist so flauschig, wenn ihr die mal ohne lange würdet. Ja, Mausi, 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 komm her. Ja, du leck'n gern. Ja, und der leckt am meisten. Schaut. Mausi. Na, komm. Ja, die ist auch ganz lieb. Die mag mich bloß immer. Am meisten. Meine Mama mag sie nicht so, die weißt sie immer. Ja, ist doch gut, ist doch gut, mein kleiner Mausi. Er ist doch, der ist ein bisschen stur, der Sturkopf. Marco. Leon und das ist Paulinchen. Das ist nicht so größer, wie ihr jetzt sehen habt. Naja, wie ihr das allererste Mal das Video erklärt habt, mein erstes, wo ich die Babyhafte und die Mamas vorgestellt hab, habt ihr ja sie jetzt schon gesehen. Sie hatten doch noch. Nein, die hat sich ja auch noch so süß, wie sie die zugekackt haben. Ja, Mausi. Ja, was ist denn mit dir? Hm? Ja, okay, okay, ich mach jetzt Schluss. Die wollen mit mir ein bisschen spielen. Ja! Ja, ich kann's ja verstehen. Ja! Ich bin schon da, geil? Ja, sorry, das ist ein bisschen weg. Hier. Oh! Dann muss ich mal den Arsch putzen, dann muss ich den noch aufnehmen und dann... Hier. Nein, das stinkt ja nicht. Ich hab sie vor drei Duchen erst putzt. Und ich kapier's einfach nicht. Die können ja nur so stinken. Naja, das sind ja auch vier. Ja, ja, okay, ich mach lieber Schluss, weil sonst wird der nur... Oh Gott, ich hab dich zu schön gefreut. Sauer, okay? Ciao!